Schnell like dieses Video und abonniere meinen Kanal, wenn du auch alle OG Skins in Fortnite kostenlos bekommen willst. Freunde, willkommen zu einem neuen Fortnite Video hier auf meinem Kanal. Heute in diesem Video habe ich auf jeden Fall mal einen Fortnite OG Account auf der Seite Securia gekauft und hoffe auf ein paar OG Skins. Natürlich wird auch dieser Account wieder am Schluss an euch verlost, also schaut dieses Video unbedingt bis zum Ende. Davor würde es mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall mal meine Beschreibung abchecken könntet. Dort findet ihr alle Links wie zu meinem TikTok Account und zu meinem Instagram Account. Würde mich freuen, wenn ihr beides mal abchecken könntet. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bei Securia habe ich mir dann auf jeden Fall für 30 Euro die Magic Chest gekauft. Und ich hätte gesagt, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal zusammen in den Account rein. Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt in dem Fortnite Account drin. Ich bin hier gerade schon im iTunes Shop und schaue, ob er hier irgendwas hat. Ah, hier sind diese kostenlosen Belohnungen. Die kann sich dann der Gewinn auf jeden Fall gönnen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt nicht hier in der Aufnahme machen. Auf jeden Fall gehen wir, glaube ich, jetzt erstmal in die Banner und schauen, ob er den OG Bus Banner hat. Naja, ich glaube, es sieht gerade nicht so aus. Bei Standard ist der da. Ne, Belle Royale. Ah, Leute, ich glaube, das sieht nicht nach dem Audi Bus Banner aus. Ne, gehen wir auf jeden Fall mal direkt in die Ladebildschirme. Sorry. Da hat er auch sehr viele und in die Musikschallplatten. Ah, da hat er ein bisschen wenig. 27, okay. Ah, ich glaube, es interessiert euch jetzt weniger. Deswegen halte ich mich relativ kurz und gehe dann gleich in die Skins. Äh, hier sind noch die Lackierungen. Hier könnt ihr euch die auch anschauen. Und ja. Und falls euch was interessiert, könnt ihr auch gerne stoppen. Ähm, okay. Ah, ich glaube, hier sind keine OG Modes. Also, wenn er schon OG Bus Banner nicht hat, wird es schwer, wenn ja hier auf jeden Fall noch OG Sachen drauf sind. Wird es sehr schwer. Okay. DC. Ähm, aber ich glaube, es sieht nicht nach einem OG Tanz aus. Was ist der? Ne. Ne, es sieht sehr schlecht aus. Sehr, sehr, sehr schlecht. Ach, und by the way, falls ihr euch noch wundert, warum ich den Game Sound ausgestellt habe, ist, dass ich dann einfach, ähm, ich habe den ausgestellt, damit ich dann irgendwie keine Copyright-Probleme oder sowas habe. Weil, ähm, ich kenne mich damit nicht so gut aus, welche dieser Copyright sind und welche nicht. Deswegen habe ich es einfach mal auf ausgestellt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht so übel. Ähm, Kondensstreifen waren jetzt... Ah, nice remote. Ähm, Kondensstreifen. Hatte sie es in 3? Ah, schade, Digga. Das wäre egal, wenn er welche hätte. Ähm, okay. 55. Ähm, aber es sieht mir eher hier nach so einem Chat-2-Account auf. Uff, Digga. Digga, ich weiß nicht. Spitzhacken hier, wenn ihr euch was interessiert, könnt ihr gerne stoppen. Auf jeden Fall kommt jetzt gleich auch die, ähm, Verlosung, wie ihr auf jeden Fall diesen Account kostenlos bekommen könnt. Deswegen schaut auf jeden Fall das Video unbedingt bis zum Ende. Hier sind noch die Backlinks. Hier sind auch noch ein paar, okay. Ich glaube, ein paar gekauft, aber auch sehr viele vom Battle Pass. Ähm, aber da gefallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viele. Besser gesagt gar keiner. Mhm. Digga, ich sind gefühlt alle von Chapter 2. Okay, hier Season X. Aber sonst? Überall Chapter 2. Aua. Okay, jetzt gehen wir in die Skins. Komm. Ganz schnell nach unten. Oh, da hat er nicht so viele. Ähm, leider nur 56. Oh, na, es sieht nach so einem Season 2, Season X Account aus. Ach, nee, er ist Chapter 2, Season 1 und Season X Account aus. Oh, Junge. Hier, ach, Digga. Hier, Jawa, Regen Expert, aber es zeigt nicht mehr OG. Schade, Digga. Hm, hier Fischi vom Bundle. Die auch noch. Ah, der sieht scheiße aus. Lama auch. Oh, gut, super, der könnte OG sein. Komm, komm, eins. Komm. Bitte, Digga. Der könnte OG sein. Und? Nein, Digga, was? Schade, Digga. Aber ich glaube, es ist irgendwie auch schon vorhersehbar, weil er hatte nicht mal OG Remix oder OG Bus Banner drauf. Hier noch ein Skin. Ich glaube, der, ich glaube, das ist hier bisher der Beste. Hm. Joa, also ich finde, vorm Aussehen ist das hier der Beste. Ronin, okay. Okay. Okay, okay. Auf jeden Fall, das sind die Skins von diesem Account, falls ihr den unbedingt haben wollt. So, Leute. Jetzt kommen wir auf jeden Fall mal zu der Account-Verlosung. Nämlich verlose ich diesen Account als Dankeschön für die 500 Abonnenten. Danke auf jeden Fall. Jetzt seht ihr hier die ganzen Bedingungen eingeblendet, die ihr auf jeden Fall erfüllen müsst, um diesen Account zu gewinnen. Nämlich müsst ihr mich einfach nur abonnieren, dieses Video zu liken und dann in die Kommentare einfach hab und darunter eine Kontaktmöglichkeit wie Instagram oder eure E-Mail-Adresse reinzuschreiben. Ich wünsche allen viel Glück. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne ein Like und ein Abo dalassen. Das würde mich mega freuen. Jetzt werden euch noch meine letzten Videos eingeblendet. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Jetzt habe ich eigentlich auch nichts mehr zu sagen, außer noch, dass ich euch noch einen schönen Tag wünsche und ciao.